Hallo, herzlich willkommen zu der ersten Aufnahme, eigentlich nicht die erste, aber der ersten wirklichen Aufnahme mit Jan und mir, und zwar Battlefield 3. Jan, du bist auch dabei, ne? Ja. Dann gehen wir jetzt mal auf Beitreten. Ja, ich joinet ja natürlich mit einem fetten Auto. Und... Na, egal. Du hast schon 10 Punkte. Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz meine Audio runterstellen. Kannst du dich irgendwie laute machen? Äh, gleich. Okay. Du fährst grad, wie ich sehe. Ich geh mal kurz in den Geschützturm. Mach das nochmal. Ha, ein Eliminiert. Oh, lo, 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 lo. Ah, da ist einer, da ist einer. Nein, ich hab ihn noch eliminiert. Ich weiß nicht. Ja, hab ihn eliminiert. Irgendein Eliminiert. Zwei Stück sogar. So, jetzt hat man mich vielleicht besser. Ja, ein bisschen lauter, aber dich hat man besser, ja. Schreie mir nach. Na, hier. Hallo. Hallo. So, da. Dann geht's loo. das ist ein toter das ist ein toter muss ich wiederbeleben nein ich komme nicht hoch doch alter ich bin alter ich bin ninja like a ninja wiederbelebt um kampfgebiet verlassen b ist entschärft nein ich nicht nein das ist nicht schön weil sie ja alter alter der medikett hinwerfen da hat er an erledigt denn es einer der toteste muss ich viel leben zum glück habe ich noch 100 super hero scheiße hat es gewinnt ich habe mich gerade durchs gefecht jetzt ich bin ich nicht mehr gesehen in den Tennis gespottet ich bin spottet so ich bin nach India er kann sich in das Bonnberg aufstellen ich bin die kann man es nicht aufstehen soll ich weiß ja war ich zog mich im Sniper Max Meistern und ich sage es lieber nichts dazu zu meiner Meinung um höchst weiter okay war doch einer zwei hp noch zwei hp mit durch die Welt reingelaufen ich wollte in einer Tagelang und schlossen ich bin so schlecht gerade ich erst nebenbei falls euch so wundern hatte ich halt schon vollen Tag und dann Scotts von bei dir das inzwischen schon ein Punkt hatte Prozent 4 540 du bist gleich noch so ist wenn du drauf Warte mal ich versuche mal ganz kurz mich hier irgendwie hinzusnipen äh campen und zu snipen WTF oh nee ohne Spaß ich hasse Sniper oh sehr gut ich wurde wiederbelebt auf mich wird geschossen nein alter jetzt beleb mich mal wieder Jungs ich kann dich nicht wiederbeleben sagmal mhm alle Wuttef mhm 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 da kommt bei mir ein Anruf gehst du ran nein mein alter ist noch alles angenommen alterne mal im Auto ich bin schon da oh jetzt kriegst du zehn Punkte hier ist geschützt da bin ich weiter nach vorne da da unten ist doch eine alter das war nur sein gerät ich glaube ich bin einig der noch in dem scheiß auto setzt ja ich glaube das auto ist kaputt ja ich bin nicht mehr drin lebst noch bei kill habe ich hier 3 hp kommt zu mir ja ich lege praktisch bei ihr glaubt die nörder ich habe ein bisschen mit defi durch die Gegend bei ihm nicht enthält einander mancher wir haben doch genug medizin und verpackt werden aber ich sehe gerade die beiden vorbeilaufen alter das vom Mond ab das ist kommt gut wenn ich beitreten jetzt aber scheiße heute kann im kaufsaal vom kampfgebiet warst und ich kann natürlich wieder gleich die leute rein als ich bin so blöd ich glaube ich geh zu vorsichtig vor ja ich nicht ich bin Rambo und macht nichts dabei wieso denn da nix ja Hilfe bei kill habe ich Hilfe bei kill durch Niederhaltung ja ne ich muss noch ran ja na ich werde abgeschossen uh heavy uh nade ja und erst mal ran crouchen allerer scheiß smoke nates da haben welche den in der y y y y du musst auf das gucken was die haben die haben da manchmal ich habe nachgeladen oh jan du bist auch auf dem dach ja 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 also ohne spaß wie krass langsam man croucht also äh da so und liegen halt oh nein 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 NEIT 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 so ist hier noch irgendjemand hmm damit gekillt hat der spielt wahrscheinlich Mass Effect 3 alter alter kaum ist man aufgestanden wird man direkt weggesnackt ich bin bei uns im Kumpel respawned ich spawned ja juhu ah ich wurde wiederbelebt wie cool dankjoh alter ja du wirst immer wiederbelebt aber ich nie ich kann die leute nicht leiden ja sag mal ich bin halt dein Noobie ich mögen die leute ich hab 2 kills 7 tode ja naja was habe ich ich habe null kills glaube ich ja ich mach halt immer diese scheiß Wiederbelebungen diese scheiß Hilfe bei kill häh ich wünschte ich kann sowas wenig was machen ja ich schieße auf die und dann glaub mir einer den Kills Helii power wer 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 komm schon du hast doch diese schöne smaw oder was aber ja ich weiß ich hab das mal aber es ist der Helios halt das ist an meinen ich sehen Prozent es ist schon in Behalte dieses Leben und Gesang und hat mich wieder erlebt ankommen bleibt so hier da ist ein wenig Fett irgendwo alle alle ich wurde gesmoked aber warte bleib doch hier ja ich wurde gesmoked wie schon gesagt ja gesmoked irgendwann eine smoke grenade mann ich schmeßte die ganze Zeit smoke grenades nein der Tote den ich wieder beleben wollte ist am Berg runtergerutscht und ich bin hinterher gerannt warum kann man mich eigentlich nie wiederbeleben das ist doch echt scheiße weil du mir lieb ist ja toll alle 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 wo war der bitte danke sehr jungens ich bin hinter dir gespawnt sofort muss ich nicht wieder komm zurück Jan wo rennst du hinten alter hier war ein Medikett da kommt eine Heli Heli hier ah nee oh danke sehr ah nee nein Alter ah Medikett 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 nicht sehr so jetzt das verkackte Heli ist in der verkackten Sonne ich gebe ein bisschen Unterstützungsfeuer ne ich gebe ein bisschen Unterstützungsfeuer ne Achtung ich muss das mal nachladen Achtung der Heli wo ist der ich sehe den Heli nicht ich weiß auch nicht wo der ist Alter 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 das ist irgend so ein Small Tipp da ja nein hab ich nur getroffen nicht getötet da ist er Alter der schießt mit Small auf mich alter jawohl erwischt Junge nein I'm dead nearly dead nearly dead erstmal wiederbeleben unsere Teamkameraden ne nicht Messern Medikett das ist ein das ist ein dann kann er nicht wenn der mich der mich hier bei der Zeit sie nehmen alter sagt hat und steht ganz einfach L L L L 8 Nelson zu kurzem es ist schon so später bin ich jetzt nicht mehr laut zur Information 20 nach 7 ab Jahr weiß auch was mich freut was dann der 4 wenn man jetzt angreifer darf man am Ende dahinten nach dem Fall schon runter springen und schafft mhm hinten ist der verpackte Heli da ist mehr in den Kontext nicht so jetzt an der Werke da macht es so mal er hat schon der Versuch ich versuchte sie in der Europäne zu snappern ich werde Alter, ich konnte nicht mehr schnell genug zielen. Wo bist du? Wo bist du? Ich lege auf den Berg da. Nein! Da ist einer. Lass mal da mal hin joinen. Der trifft nie, Alter. Der trifft, aber dann lässt er immer ab. Lass mal Leben aufladen. Und warten, bis er kommt. Alter! Was? Ich hab heute noch voll auf den draufgehalten. Okay, da hat er nur noch Half-Life. Nein! Alter, warum hat er das manchmal nicht an, dass ich dich wiederbelebt? Kannst mich nicht mehr wiederbeleben. Ich bin auch tot. Der Typ hat mich auch weggesnapen. Weiß ich, wollte ich wiederbeleben, weil er stand neben dir eigentlich schon. Ach so. Nei, verdammte Schöße. Spawn Bay! Wuuu! Wie du direkt dahinten drin gespawntest. Und gleich gut. Alter, Alter, Alter. Ich bin mitten in die reingelaufen. So geht's mir immer. Ich glaub, wenn ich so vorsichtig vorgebe, wie du dann kriegst, hab ich schon ein Erfolgsrezept, aber backen kann ich halt nicht. Ich hab voll das Erfolgsrezept, Junge. Ich bin so gut. Bin ich euch laut? Ne, ich mein... Ich kann es schon bis. Ah, ich muss abdrehen. Nein. Scheiße. Ist du auch tot? Ne, noch nicht. Aber die ist ne, die Schwerke, die Sonne. Ich hab sieben HP, ich bin nicht tot. Das ist immer voll kacke. Ich brauche meine Spawn Bay und drehe meine Runden. Ich bin nicht tot. Oder spielt es einer, ähm... Mir ist das Måsseffekt. Ja, ich weiß, sind sieben, gell? Ja. Jal. Soll ich nicht schon gehen? Ich kann die gar nicht tun. Ne, ja, ba, alter! Bam Action! Ah, tot! Y, la. Fuck it. Y. zu nehmen ob er jetzt abgabend und sonst wo er schluss als CEO perfekt dann besorgen erstmal in Deckung legen nach meiner Meinung ab packen so es ist das war jetzt mal kein Sniper ich treffe mich da ist eine Fakten der Fakten Volker ich will er mich treffen Lander Alter ja klar so weg ein Prozent zu verfolgen doch können sie sind verrückt Sniper, Sniper Oh, wir haben verloren Hätte ich jetzt nicht gedacht, so schlecht wie wir waren Ich hoffe immer darauf, dass meine Teamkamera rauskommt Guck dir mal in meine KD an, Alter Guck dir mal in meine KD an, Alter 1, 2, 1, 2 Jetzt kommen erst mal meine Tausende von Ribbons Jo, ich hab zwei Ja, ich hab ein bisschen weniger Da hatte ich irgendwie 10 Ribbons bekommen, plus 20 Ordens Bänder Nice Aber ich glaube jetzt, bis zur nächsten Folge Oh ja Einen Moment Ich spring den ganzen Scheiß mal Und sagen bis zur nächsten Folge Tschüss